Wenn man viel mit Microsoft Teams arbeitet, wird es schnell unübersichtlich. Es sind schon immer mehr Teams, Kanäle und Chats. Und die besten Tipps, um die Übersicht zurückzugewinnen, gibt es in diesem Video. Los geht's! Ich kann in allen Bereichen von Teams Dinge ausblenden, die ich nicht mehr aktiv brauche. Oder oft auch die besonders wichtigen Dinge hervorheben. Das finde ich beides sehr hilfreich. Fangen wir mal hier im Chatbereich an. Also ich habe hier eine lange Liste an Chats. Und das ist einfach danach sortiert, wann zum letzten Mal in dem Chat etwas geschrieben würde. Das sind Chats drin, die ich nie wieder brauche. Und genauso auch Chats, die für mich sehr wichtig sind, die ich öfters mal benutze. Und wenn ich das etwas übersichtlicher hier gestalten möchte, habe ich zwei Möglichkeiten. Also, die besonders wichtigen Dinge, die kann ich hier oben anheften. Also mit Kollegen, mit denen ich zum Beispiel oft schreibe, dass ich die schnell finde, kann ich hier sagen, anheften. Und dann werden die hier oben separat angeheftet und werden dann immer oben eingeblendet. Timo, hier noch anheften. Und dann habe ich meine wichtigen Chats hier oben und finde sie immer sehr schnell. Dagegen jetzt Dinge, die ich nicht mehr brauche, vermutlich kann ich auch aus der Liste hier bereinigen. Nicht löschen, aber ich kann hier sagen, ausblenden. Oder hier einfach eine Besprechung. Ausblenden. Ausblenden ist nicht das gleiche wie löschen. Es ist ein kleiner Unterschied. Wenn mich die Person nochmal anschreibt, erscheint das wieder in der Liste, auch mit den alten Chatbeiträgen. Aber ich habe es quasi ausgeblendet und meine Liste hier bereinigt. Okay, gehen wir mal in den Teams-Bereich. Auch hier sammeln sich mit der Zeit sehr viele Teams an. Wenn ich die Liste etwas übersichtlicher machen möchte, habe ich auch hier wieder zwei Möglichkeiten. Klar, die wichtigsten Teams, die brauche ich hier oben in der Übersicht, weil ich oft darauf zugreife, auf die einzelnen Kanäle. Wenn es aber Teams gibt, die ich selten brauche, kann ich die auch ausblenden. Angenommen hier, die Verwaltung brauche ich nicht so häufig, dann kann ich die hier aus der ersten Ebene ausblenden. Über die drei Punkte hier kann ich sagen, Teams ausblenden, ganz oben hier. Und dann verschwindet das hier aus der ersten Ebene. Und jetzt habe ich hier unten einen Bereich ausgeblendete Teams. Da kann ich das dann wiederfinden hier entsprechend. Wenn ich es wieder brauche, kann ich es auch wieder einblenden. Die erste Ebene ist auch kein Problem über Anzeigen. Aber so kann man so einfach die Dinge, die man nicht so oft braucht, ausblenden. Wenn ich ein Team gar nicht mehr brauche, klar, dann habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, hier über die drei Punkte Team verlassen. Und wenn ich ein Team wirklich hier verlasse, dann verschwindet es komplett von meiner Liste. Dann bin ich im Prinzip ausgetreten. Wenn ich wieder rein möchte, muss mich eben der Teambesitzer wieder hinzufügen als Mitglied. Ganz ähnlich ist es übrigens auch noch im dritten Bereich bei den Kanälen. Die einzelnen Kanäle hier unter einem Team kann ich genauso auch aus- und einblenden. Also ich sage mal hier ausblenden. Hier vielleicht einen zweiten auch noch ausblenden und so weiter. So. Und man sieht, jetzt habe ich hier drei Kanäle ausgeblendet. Also diese drei nicht. Die sehe ich noch in der ersten Ebene. Und die anderen wurden hier so als ausgeblendet zusammengefasst hier. Kann ich auch jederzeit über Anzeigen wieder hier in meine Hauptliste aufnehmen. Aber wenn ich jetzt hier ein Team habe mit sehr vielen Kanälen und ich muss nur auf wenige zugreifen, zum Beispiel nur drei Stück von 50 sind relevant, dann kann ich die restlichen 47 ausblenden. Und dann habe ich nur das, was ich wirklich brauche hier in der Übersicht. Wenn ich ein paar ganz wichtige Kanäle habe, die ich sehr häufig brauche, dann kann ich die sogar so markieren, dass die ganz oben in der Liste noch angeheftet werden. Also wenn ich hier bei der Buchhaltung zum Beispiel sage, anheften, dann bedeutet das, dass die ganz oben hier vor allen anderen Teams hier angeheftet wurden. Buchhaltung, Verwaltung hier, dieser eine Kanal wird mir hier oben angeheftet. Das macht natürlich nur Sinn bei einigen wenigen, sonst wird es auch wieder unübersichtlich. Das Ziel ist immer, möglichst effizient zu arbeiten und nicht lange suchen zu müssen. Wenn euch diese Tipps gefallen haben, habe ich noch eine ganz wertvolle Empfehlung für euch. Und zwar, wir haben ein Video produziert, das schon unglaublich viele Leute angeschaut haben, das die auch sehr, sehr gut bewertet haben. Und zwar die Top 11 versteckten Funktionen von Microsoft Teams. Dort zeigen wir sehr unbekannte, aber extrem hilfreiche Funktionen in Microsoft Teams. Und wir haben sie jetzt für dich einmal in der Infobox verlinkt. Vielleicht interessiert dich das ja auch. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach eine gute Woche und bis zum nächsten Video. Ciao.